Lieber Boris, ich freue mich sehr, dass du in diesem Jahr die Lehrgestalt Sport bist. Ich rühre mich noch gut, was für ein großartiges Spieler du warst. Du hast nie aufgegeben immer gekämpft, auch wenn du dafür schon mal quer der Luft fliegen müssen. Dieser Sprung hat mit dem Becker Hecht sogar einen eigenen Namen bekommen. Welche Sportler kann das schon vor sich sagen? Heute, nun, du bist ein super Trainer, der der Nummer 1 in der Welt trainiert. Und vor allem, du hast vor allem mit diesem vielen sozialen Engagement vieles Gute getan. Und deshalb wirst du heute völlig verdient von Express als Lehrgestalt ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, Boris. Immer herzlich willkommen nach Kiew. Wir warten auf dich in Wilkane. Liebe Grüße, dein Freund Vitali Klitschko.